Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen neuen Video. Heute seht ihr mal ein paar Stream-Auschnitte darüber, wie wir ein paar Highpixel Arcade Games ausprobiert haben. Ich wünsche euch viel Spaß und let's go! Die Frage ist, womit... Also wir können uns da ja einfach einmal durchspielen, oder nicht? Außerdem, was ist das eigentlich für eine Wartelobby? Okay, passt vielleicht zum Spiel, aber hier stößt man sich die ganze Zeit den Kopf. Irgendwie nervt das, man bräuchte hier einen Jump'n'Run. Wasser. Oh! Oh, 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 oh! Wo sind wir jetzt gelandet? Ist es bei euch auch so dunkel? Oh, ich hab keinen Lemmy-Mod, sonst hätte ich jetzt die Tageszeit verändert. Was ist denn das hier? Shotgun-Knife? Bin ich hier gelandet? Hallo, bitte helfen Sie mir. Oh, nein, ich stopp alles. Nein! Oh, scheiß Controls. Okay, ich verstehe. Also wir müssen uns jetzt irgendwie gegen die Zombies wehren, oder was? I guess, das ist es. Ich kann das nicht mehr benutzen. Scheiße. Ah, kann es sein, dass ich vorhin meine Muni dafür gedroppt hab? Okay, scheiße. Das ist jetzt doof. Ich hab sämtliche Muni gedroppt, außer meine Pistol-Muni. Aber wir, also, ich, wir sind hier aber noch nicht ganz klar. Jetzt sehe ich 230 Münzen. Was mach ich damit? Pff. Weil, da stand auch was von Feuerwerk im Himmel. Warum seh ich davon jetzt nichts? Und wo ist das Kornfeld? Hallo? Wie? Und jetzt kann ich, und jetzt mach ich gar nix mehr in dem Modus, oder was? Ja, Floscho, jetzt wissen wir auch, wieso das ein nicht so viel bespieltes Minigame ist. Blocking Dead haben wir jetzt. Capture the rule. Dann wird es das nächste. 24 Leute. Hey! Ich glaube, es hackt. 40 Leute braucht man hierfür. Die Dinger, das wird Stunden dauern. Habe ich mir gerade auch gedacht, aber... Ja, es kommen jetzt so viele rein. Vielleicht ist es ein kürzeres Minigame. Ich weiß nicht. Könntet ihr das ertragen, wenn ich ein Streaming mit meinem richtig schlimmen Akzent Englisch spreche? Und dann auch noch teilweise so richtig fettes Denglisch? Oh, ich hab wen gekillt. Na? Warte mal. Ist das hier sowas wie... Äh, hier, wie heißt das? Äh, Coas? Bauarbeiter. Boah, jetzt bin ich Schwertkämpfer. Oh, was hat der gefressen? Nein! Das hat er ja 75 Gold, nehme ich. Okay, aber es ist auf jeden Fall so eine Art Coas. Das ist schon mal klar. Ob es jetzt ein 1 zu 1 Abklatsch davon ist, wird man sehen. Was ich aber durchaus sagen muss, es ist angenehm, dass die Leute hier nicht so fett schwitzen, wie auf Gomme. Also wer schon mal Gomme-Course gespielt hat, da spielt man halt gegen Clans. Und man wird halt so dermaßen hops genommen. Seh mal, das hier ist doch irgendeine Wolle-Typ. Bleiben Sie stehen! Hallo! Sir, unsere Wolle. Hat die Wolle fallen gelassen? Vieh verloren! Also, Party-Games kennen wir, Zombies kennen wir, müssen wir nicht spielen. Zombies dauert viel zu lange. Pixel-Party kennen wir nicht, oder? Türkis. Okay, das ist dann sowas wie... Wie ist es hier? Das gibt es auch bei Mario Party. So, ich glaube, hier stehe ich ganz gut. Ist es das? Ja. Jetzt mal realisieren, welche Farbe das überhaupt ist. Boah, das ist smart. Hier hat man halt deutlich mehr Zeit. Hä? Das war es nicht? Okay. Drauf. Santa's Sass. Das können wir doch mal machen. Ah, ja gut, das kennen wir. Das kennen wir. Aber das können wir trotzdem spielen. Party-Games. Genau. Das ist ein bisschen wie Party-Games. Oh, Flosch ist sogar noch ein von mir fertig. Okay, krass. Bau den meisten Schnee ab, heißt es, glaube ich, gerade, ne? Boah, eigentlich habe ich da... Wenn ich das hier auch wieder bekomme, Pixel-Party... Du wirst Platz 1, nehme ich. Hm. Hm. Nehme ich Platz 3 insgesamt. Wow. Okay, also Flosch... Nichts gegen den Spielmodus, aber einen Spieler müssen wir uns nicht antun. Ja, 0 Spieler, 1 Spieler. Endersplief klingt zwar wild, aber 13 Spieler, das geht halt nie voll. Football. Okay, komm, schauen wir uns das mal an. Fußball, Minecraft. Ja, komm, komm, komm. Der kommt gut. Flo-Jo-Masters hat gepuntet. Achtung, Achtung. Super. Oh, oh, nein, der... Ui. Okay, wir haben hier den Verteidiger. Ich kenne mich mit Fußball so gar nicht aus, merke ich gerade. Ja, schade. Können wir nicht mehr ran. Flo-Jo-Hemmer-Din direkt wieder rein. Der kommt gut. Der kommt schlecht. Der kommt gut. Der kommt schlecht. Okay, dieser... Dieser Ball ist halt viel zu stark tretbar, meiner Meinung nach. Okay, ich glaube, ich habe gerade erst verstanden, wie man den Ball richtig schießt. Aber Dink schuhe trotzdem viel zu schnell durch die Gegend. Ich merke auch schon Flieder. Flo-Jo hat diesen Modus halt auch wieder durchgesuchtet. Der spielt das heimlich den ganzen Tag, nur um dann hier im Stream anzukommen und zu sagen, hey, hallo, lass doch mal Fußball spielen. Stimmt, nett mal. Bist du dir da sicher? GG. Alles... Alle Tore von Flo-Jo geschossen, oder was? Komm, komm, wir spielen noch eine Runde. Okay. Ich versuche nicht mehr, dieses Texture-Pack zu laden. Das hat keinen Sinn. Ich finde es nur äußerst wild. Äh... Wie schnell das lädt. Wie schnell einfach Minecraft lädt, weil man keine Mods oder sowas hat. Das ist krank. Flo-Jo, kann es sein, dass du in deiner Freizeit wirklich nichts anderes machst? Ballkuchen hat ein Tor geschossen! Ha-Ha! Zieh mal, Flutsch. Ich kann das auch... Ich spiele das nie. Mhm, 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 genau. Flo-Jo, du machst das. Verwandle ihn. Schieß ihn nach vorne. Pass. Gut, gut, gut. Tor! Ich hab's verstanden. Warum kann ich... Warum kann ich eigentlich die Gegner schlagen? Ich weiß, es wäre zwar faul, aber ist doch kein Problem. Ich meine... Warum denn nicht? GG. Der Spieler des Spiels! Boah. Okay, komm. Nächstes Arcade-Game. Wir haben beide drei Tore gemacht. Spieler des... Nein, haben wir nicht, Flo-Jo. Haben wir nicht? Wir haben fünf Tore. Ich hab drei Tore gemacht. Ha-Ha-Ha! So nicht. Du warst zwar gut, aber nicht so gut. Ich hab eigen... Eigen... Das müsste man ja abziehen. Dann hast du ein Tor gemacht und ich drei. Du siehst gar nichts. Du bist besoffen. Was ist denn das für ein Modus? Oh, 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 oh. Zombies. Das ist gut. Oder schlecht. Schlecht, dass es sie gibt. Gut, dass sie hier sind. Okay, nee. Jetzt hab ich verlaufen. Hilfe! Welche Hacks haben die bitte aktiviert, dass die 3000 Gold ausgeben konnten? Das ist... Es ist... Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Wie sei denn die ganze Scheiße rangekommen? Ich krieg die ganze Zeit bloß Coins. Bisschen Gold. Ich hab 140 Gold. Wie, wie, wie? Wie? Ich kann Vampirized Coins in Gold umwandeln. Okay. Ah, ja. Okay. Nö, nö. Akzeptier ich. Jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen auf das Schwert. Ey, aber wie kommt man denn an diese Coins? Toll. Remember, Lobby Coins are not Gold. You can... Diese komischen Lobby Coins oder was auch immer damit gemeint ist, die hab ich eh so en masse. Da weiß ich eh nicht mehr, wohin damit. So, ich würde aber mal sagen, vor heute reicht's, dass jetzt auch meine Stimme versagt uns langsam. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Schaut mal auf YouTube vorbei. Bis dann. Tü-dü-lü. Tschüss. Tü-dü-lü. Bis zum nächsten Mal.